Für das letzte Spiel braucht ihr eine Schnur oder ein Seil und ein Zusammensetzchen. Dann legt ihr das Seil schön wie eine Schlange am Boden und das Zusammensetzchen umkehrt und ans Ende der Schnur. Dann balanciert ihr auf der Schnur und jedes Mal ein Teil und ein Zusammensetzchen. Das Ziel ist, dass ihr das Zusammensetzchen so schnell wie möglich arbeitet. Aber ihr könnt nur immer ein Teil auf das Mal legen. Ihr könnt über das Seil balancieren, darüber kumpen. Ja, einfach das was Spass macht. Musik déplotungen Und zwar füken füken